Hier konnte man noch Stuff holen. Bitte, schau mal auf die Karte. Es ist ein Freude zu haben hier. Ich benutze sehr viel Software in meiner Arbeit. Es ist ein Schade, so viele Leute verstehen ihre eigenen Equipmenten. Beside der wichtigsten Punkt- und Go-Nav Interfaces. Du wirst nicht glauben, wie oft ich höre, »Warum der船 wird? Wir sind nur halbwegs da.« Oh, ich würde. Ich liebe deine Produkte. Any Interesse in ein Endorsement von der Human, die Saren hat? Ich wäre froh. Aber ich glaube, ich kann dir das nicht bezahlen. Keine Worte. Was, wenn wir einfach eine Disskante machen? Absolut. Ich spreche hier mit meiner Konsole. Ich bin Commander Shepard. Und das ist meine Lieblingskarte auf der Citadel. Das wird fantastisch. Ich kann das editieren und es direkt arbeiten. Vielen Dank. Was ist das? Was denkst du, Michael? Vielleicht ist das Immunoboster? Das ist die Lieblingskarte. Das ist die Lieblingskarte. Ich bin der Ihr merkt, wir können das mit jedem einzelnen Geschäft hier machen. Diese Klanlis ist ein Thief und ich will sie verabschieden. Was? Ich war nur durch. Hier nennt man das Ding Ascension und am nächsten Mal nennt man das Himmelfahrt. Ah. 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 Also das kann man natürlich auch alles mitnehmen. Ah. 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 Ich mache wirklich. Ich mache Platin, das wäre mir lieber. Oh, hallo. So. Wollte ich gar nicht. Probe Launched. Probe away. Probe Launched. Scans have found something. Ähm. Ja, dafür braucht es mehr Punkte. Und das hier. Überlastung, ja. Überlastung ist sehr gut. Also, ich glaube, wenn man so nah an Lava dran wäre, würden wir auch in unserer Panzerung schon gegrillt werden. Ich glaube nicht, das Schiff ist sicher. Wir haben viel zu oft in den Gath. Ich werde auf der nächsten Seite mit Dr. Aloy. Ich denke, wir werden da sicherer sein. Wir werden die Flüge wieder auf dem Weg gewarnt. Die Flüge wieder das wärmt. Aber auch noch nicht. Schiff. Ich gehe jetzt zuhause. Schiff. Oh. Leta, Ruf. Die Flüge eingesetzt. Ich muss mir ein guter. Ich finde es ziemlich lustig, wie Miranda da wirklich nur mit Atemschutz gerät stand. Hä? Hier passiert absolut nichts. Ist jetzt doof? Da stimmt doch irgendwas nicht. Nichts wird linker um Schalttaste. Und das ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Line, Sprengen, Sprengen. Sprengen, Sprengen, Sprengen. Ich verstehe gerade nicht, was ich hier machen soll. Sprengen, Sprengen. Sprengen, Sprengen. Ich hab das Ding jetzt gerade ein bisschen gepackt. So, mal gucken, ob das was macht. Betäubungsschuss, das hab ich vorhin extra geskillt. Ich glaube, das ist sicher. So, mal ein bisschen rumprobieren. Was sagt denn das Internet dazu? So. 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 So, jetzt musste ich das letzte oder vorletzte sein. Geil. Geil. Ich glaube wir kommen doch noch zurück. So, jetzt wüsste ich gerne mal wo die letzten Vorschussdaten sind. Ah. Ich glaube man kann auch sterben. Also ich weiß, dass man sterben kann, aber ich weiß nicht wie genau. Also ich glaube wenn man in die Lava fällt, ich weiß nicht ob man auch stirbt, wenn man sich einfach nur doof anstellt und überall reinfährt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann ja auch einfach durch auf das Sofa. Oh Gott. 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 Shepard, wow. Alles klar, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Mass Effect 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal.